Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Zelda Oracle of Ages und oh mein Gott, die Erde bebt. Ja, wir sind nämlich im letzten Partie angekommen in Symmetriadorf in der Vergangenheit und hier ist nächtig was los. Die Stadt ist nämlich aus dem Gleichgewicht geraten, ihr seht ja hier oben bricht ständig der Vulkan aus und deswegen ist hier eigentlich auch mehr oder weniger alles verwüstet und wir müssen jetzt unbedingt etwas dagegen tun. Und zwar hat man uns nämlich hier das defekte Tunic-Gewinde mitgegeben, ein Gewinde, das repariert werden sollte. Ja, und nur wenn wir dieses Tunic-Gewinde reparieren lassen, wieder zurückbringen, dann soll alles wieder normal werden hier in Symmetriadorf. Und es gibt einen Mann namens Otto, der lebt irgendwo hoch oben bei der Restaurationsmau und der soll in der Lage sein, dieses Ding auch reparieren zu können. Und genau, eine Sache muss ich euch noch erzählen, bitte nicht wundert, warum ich jetzt hier auf einmal einen Ring dabei habe. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich nämlich im allerersten Dungeon, habe ich einen geheimen Raum nämlich übersehen. Und da war ich halt jetzt oft zu tun einmal drin und habe da einen Ring gefunden. Er ist nämlich auch nicht auf der Karte verzeichnet. Also im allerersten Dungeon, wo ich gewesen bin, das ist glaube ich der Raum, wo man so einen Block in zwei Richtungen verschieben muss. Da hängen nämlich links an der Wand solche komischen, was weiß ich nicht, was das sein soll, Franken oder irgendwas, was man halt mit Glutkern verbrennen kann. Und dann ist in der Wand auf einmal so ein Loch, da kann man auch links rein in einen Raum, der nicht mal auf der Karte zu sehen ist. Und da drin ist einfach nur eine Truhe gewesen mit so einem Ring, den muss ich aber noch schätzen lassen. Also es tut mir echt leid, dass ich das damals übersehen habe, das war ja ziemlich früh, war ich da in dem ersten Dungeon schon drin. Das ist jetzt schon wieder einige Parts her. Also echt peinlich, dass ich das übersehen habe, aber egal, wir müssen jetzt wie gesagt eh woanders hin. Also wie gesagt, wir sind hier im Haus der Mitte, oder vor dem Haus der Mitte, in Symmetria Dorf in der Vergangenheit. Und irgendwo hier links, irgendwo hier, das soll hier diese Restaurationsmauer sein. Also werde ich mich da mal hin aufmachen. Hier kann ich nämlich runter. Ah, hier ist wenigstens wieder ein bisschen friedlicher, obwohl die Typisch die stören. So, kommt her, wachs, wachs, zack, wachs. Okay, wir müssen jetzt irgendwie dahin, zu dieser Restaurationsmauer. Fragt sich halt nur, wo die sein soll. Aha, da drüben haben wir gleich mal eine Eule, mal sehen, was mir die zu sagen hat. Vielleicht habt ihr ja einen wertvollen Tipp für mich. Der Fluss der Zeit formt das Land. Der Fluss der Zeit formt das Land. Und, naja, naja, deswegen ist hier wohl auch nicht umsonst so ein Zeitstrudel, aber ich glaube, dass ich den gar noch nicht benutzen sollte. Ich möchte erstmal nämlich noch wissen, was ist, wenn ich hier würde die... Oh, Marta. Marta ist mal wieder da, aber ich glaube nicht, dass sie schon das Herzteil dabei hat. Und Achtung, Knacks! Oh, aber sie hat einen Ring dabei. Cool. Hä, wir treffen uns schon wieder. Ja, und übrigens, man kann Marta hier nämlich in Ashes sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit treffen. Das ist egal, die taucht in beiden Zeiten auf, in beiden Epochen. Wie auch immer sie durch die Zeit reisen kann, ist immer ein Rätsel, aber ich habe sie jetzt gerade in der Vergangenheit getroffen. So, bla bla bla. Her mit dem Ring. Her mit dem Geld. Das ist alles meins. So. Uff, du mieser Kleiner, das merke ich mir. Und da ist sie auch schon wieder weg. Ja, immer noch kein Herzteil, aber hey, wenigstens mal einen Ring. Jetzt habe ich schon zwei, die ich schätzen muss. So, nee, mich interessiert nur, was ist, wenn ich hier wieder raufgehe. Aha, noch mehr von diesen blauen Rittern. Mal sehen, wo mich das jetzt hinführt. Also, ich ignoriere den Wirbel jetzt absichtlich noch ein bisschen, weil ich noch wissen will, wo ich hier... Aha, okay, hier ist Dead End. Gehen wir wieder noch weiter rauf. Aha, toll. Und hier ist einfach nur ganz viel Wasser. Obwohl, warte mal, da hinten, das ist so eine ganz komische Stelle. Und wo geht es hier links noch hin? Aha, nirgendwo. Komme ich auch nicht weiter. Aber das da hinten, das sieht sehr verdächtig aus. Also, die eine Stelle da in der Ecke, da muss doch irgendwas... Ah, das wusste ich schon. Irgendwie habe ich mir das gedacht, das sah zu verdächtig aus. Wir haben einen geheimen Unter-Wassertunnel entdeckt mit Cheep-Cheeps. Ich glaube, die sind gerade im falschen Spiel. Das hier ist Zelda und nicht Super Mario. Ah, gut. Hier geht es... Hier geht es nirgendwo hin. Nö, da ist auch nichts. Okay, na dann, wieder nach oben. Und was zum Teufel, jetzt bin ich auf einmal in einem Haus drin. Hä? Wer sind Sie denn, bitteschön? Mein Name ist Tokay. Ich erforsche die Zeit. Nach den vielen Jahren der Forschung stehe ich kurz davor, ein Lied zu vollenden, das einen Schritt voran in der Zeit ermöglicht. Doch ich stecke fest. Echos erzeugen Wellen. Was mag das bedeuten? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber was ich weiß, ist, dass wir dem Typen unsere Harfe zeigen müssen. Oder besser gesagt, wir müssen ihm die Melodie des Echos vorspielen. Nur dann wird er nämlich reagieren. Passt auf. Ja, Echos erzeugen Wellen. Was mag das bedeuten? Na dann, hört ihr das mal an. Das ist die Melodie des Echos. Genau diesen Ton habe ich vergeblich gesucht. Das klärt alle noch offenen Fragen. Nun kann ich die Melodie endlich zu Ende bringen. Du, Meister der Melodien, ich überlasse dir ein neues Lied. Die Zeit strömt voran, wenn das Lied des Zeitstroms erklingt. Spiele dieses Stück, um sofort in deine Zeit zurückzureisen. Ist der Weg in deine eigene Zeit blockiert, so gelangst du zum Ausgangspunkt zurück. Du hast das Lied des Zeitstroms erlernt. Spiele es, um von der Vergangenheit in die Gegenwart zu gelangen. Wähle es aus, wenn du deine Harfe einsetzt. Leute, richtig geil. Wir haben so eben unser zweites Lied für die Harfe bekommen. Das Lied des Zeitstroms. Und das heißt, damit können wir jetzt jederzeit, auch ohne Zeitportal, von der Vergangenheit in die Gegenwart zurückreisen. Das funktioniert aber wirklich nur in eine Richtung. Also von der Gegenwart in die Vergangenheit, das geht leider nur mit dem anderen Lied. Aber richtig cool und auch sehr wichtig, dass ich den Typen jetzt gefunden habe. Sonst käme ich, glaube ich, sowieso nicht weiter. Also danke, bis zum nächsten Mal. Wobei, was heißt bis zum nächsten Mal? Weil ich weiß, ob ich den Typen überhaupt jeweils nochmal brauche. Ich glaube aber eigentlich eh nicht. Also sehr gut, dass ich diesen Wirbel davor im ersten Mal ignoriert habe. Das Lied brauchen wir so oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und relativ spät im Spiel werden wir dann auch noch ein drittes Lied lernen. Und das ermöglicht es uns dann, uns ganz frei durch die Zeit zu bewegen. Also in beide Richtungen quasi. Aber das hat sowieso noch Zeit. So, ey, diese blöden Flüsse, die sind so nervig. So, dann passt mal auf. Es ist wie gesagt egal, wo ich stehe. Man gut, ganz egal ist es ja auch wieder nicht. Das werde ich ja dann nämlich sehen. Wenn ich nämlich in der Gegenwart an einem Ort landen würde, wo jetzt eine Mauer ist. Oder irgendwie ein Loch oder sonst irgendwas. Dann werde ich automatisch wieder in die Vergangenheit zurückgeworfen, weil es da nicht funktioniert. Aber wenn alles passt, dann sollte es eigentlich funktionieren. So, jetzt haben wir eben hier die Melodie des Echos und hier das Zeitstromlied. Wechsel von der Vergangenheit in die Gegenwart. Und das werden wir hier gleich mal ausprobieren. Oh, und seht mal, ich bin gerade mitten in der Mauer drin und wurde automatisch zurückgeworfen. Das passiert eben, wenn man sich halt nicht an den exakt passenden Ort warbt mit dem Lied, also zurückreißt. Wenn man da in einer Mauer drin landet, ist logisch, da kann man sich ja nicht bewegen. Da wird man zurückgeworfen, ihr habt gerade gesehen, da war ein Herzteil. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier ganz an den Rand stelle, müsste es eigentlich klappen, dass ich mir das holen kann. Also, gleich nochmal. Jawohl, und ich hab's. Du erhältst ein Herzteil. Ich sammle viele von, um einen Wert und Herzgutzehner zu erhalten. Jawohl. Okay, so, und es bleibt natürlich auch immer so ein glitzernder Boden übrig. Wenn ich da wieder reintrete, dann kann ich auch wieder zurück in die Vergangenheit. Das bleibt aber, glaube ich, sogar jetzt für immer hier, falls ich wieder zurückreisen sollte. Ich glaube, deswegen ist auch hier am Talus-Gipfel, wenn ich jetzt nämlich gerade sehe, dieser rote glitzernde Punkt auf der Karte. Ähm, ja genau, das wird mir immer noch angezeigt. Okay, und so, und hier? Einfach wieder zurück. Also, ne, Blödsinn geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, wir sind ja schon in der Gegenwart. Das geht, wie gesagt, wirklich nur in eine Richtung. Nur von der Vergangenheit in die Gegenwart. Andersrum geht's leider nicht. Da bräuchte ich wieder das andere Lied. Die Melodie des Echoes, aber das geht natürlich nur, wenn ein Portal vorhanden ist. Also, wieder zurück in die Vergangenheit. Oh, also das eben war es eigentlich gerade nur wegen dem Herzteil, aber gut, dass ich das hier schon gefunden habe. So, jetzt haut doch mal ab, die stinkenden, ekligen Blechdosen. Ich wünschte nur, ich könnte mir schon das Level-2-Schwert holen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar schon möglich ist, weil ihr müsst nämlich wissen, in Ages bekommt man das Edelschwert ein bisschen anders als in Seasons. Zwar auch über die Tausch-Quest, aber die müssen wir diesmal wirklich machen. Da gibt's keinen Trick, das irgendwie zu überspringen. Wir müssen die komplette Tausch-Quest machen, weil wir nämlich mehr oder weniger einen Tausch-Gegenstand bekommen werden, aus dem heraus dann das Edelschwert entstehen wird. Das ist halt in Ages anders als in Seasons. Da haben wir es ja in der verlorenen Wellen gefunden, die gibt's aber hier in La Pluna nicht. Und deswegen haben die sich hier eben für das Edelschwert in Ages was anderes einverlassen, wie man das bekommt. Aber das wäre echt nicht schlecht, wenn ich das schon haben könnte, mein Level-2-Schwert. Das ist ja gleich doppelt so stark. So, jetzt verpiss dich mal hier, du Spacko. Und gleich wieder, Lied des Zeitstroms. Oh, schon wieder in einer Mauer, verdammt. Okay, dann nochmal hier oben. Ja, man muss halt immer wieder ein bisschen hin und her probieren, das ist das Problem. Das ist das Problem. Weil man nämlich vorher nicht wirklich wissen kann, was ist jetzt in der Gegenwart, was ist in der Vergangenheit. Und warum ist da oben so ein komisches Loch? Kann ich doch eh nicht rein. Würde ich mich, glaube ich, nur verletzen. Ja, nee, hier ist sonst gar nichts. Nothing. Okay, na dann werde ich diesmal versuchen. Stirb. Diese Mistviecher. Achso. Ach, da ist ja auch nochmal so ein Ding. Seht mal, da ist auch so ein Wirbel. Na, ganz toll. Was mache ich denn jetzt? Jetzt komme ich da unglaublich gar nicht mehr hin, oder? Kann das sein? Na, das muss aber irgendwie gehen. Das muss irgendwie gehen, dass ich da wieder hinkomme. Ja, aber wie denn? Verdammt. Was ist das jetzt hier? Ne, das ist... Wozu ist das Loch überhaupt da? Ich verstehe es nicht. Das ist... Gerade ist echt eigenartig. Ja, die Melodie verhaltet ohne eine Wirkung. Ihr seht schon, wenn ich das Lied eben in der Gegenwart spiele, dann bringt mir das absolut nichts. Es geht nur in der Vergangenheit. Aber wie zur Hölle komme ich da jetzt nochmal hin? Was für ein Mist. Ich glaube, das wird so gar nicht funktionieren. Ihr seht schon, hier in der Gegenwart sieht es in Symmetria-Stadt noch schlimmer eigentlich aus. Die Häuser alle verfallen. Hier lebt überhaupt niemand mehr. Und jetzt ist Marta schon wieder hier. Sag mal, will die mich eigentlich hier natzen? Hab doch wenigstens mal das olle Herze dabei, du dumme Witch-Bitch. Knacks! Oh nein, schon wieder nicht. Aber hinten ist nochmal ein Ring. Ja, wir treffen uns schon wieder? Ja, das ist wohl wahr. Und... Nein, das ist mein Ring! Dumme Kuh. Das ist natürlich jetzt gerade richtig fies gelaufen. Aha, jetzt tut es dir leid. Welcher mehr ist vorhin? Tschüss. Okay, ein Ring, den ich nicht bekommen konnte, der war auch zu weit von mir weg. Ich habe auch außerdem noch immer gar keine Pegasus-Kennedy. Bekommt man nämlich in Ages witzigerweise als letztes. In Seasons waren sie die Sturm-Kennedy, die wir zuletzt bekommen haben. Und hier sind es die Pegasus-Kennedy. Ihr seht schon hier, das sieht so übel aus. Und damit sich hier was tut, müssen wir eben die Vergangenheit verändern. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal was machen. Ich werde jetzt nochmal zurückreisen in die Vergangenheit mit der Melodie des Echos. Ich werde jetzt nochmal zurückreisen in die Vergangenheit mit der Vergangenheit mit der Vergangenheit mit der Vergangenheit mit der Vergangenheit. Aber diesmal halt auf die richtige Art und Weise waren das nochmal hier drüben. Genau, hier konnte ich ja dann, eigentlich wenn ich mich weiter unten hinstelle, müsste ich ja in der Lage sein, da auch runter zu gehen. Also stelle ich mich jetzt genau hier hin. Genau, so, jetzt bin ich nämlich hier. Jetzt kann ich hier über die Brücke und habe davon aber irgendwie absolut gar nichts. Na toll. Ist hier ja nicht mal... Ne, hier ist nicht mal ein Gehemmergang. Merkwürdig. Na gut, dann doch wieder zurück. Ich weiß doch auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich muss irgendwie... Ich meine, das ist der Talus-Gipfel, aber in der Vergangenheit muss es genau hier... In dieses Gebiet muss ich rein. Da irgendwo lebt Otto, aber ich glaube nur in der Vergangenheit. Ich glaube, der lebt ja nur in der Vergangenheit, weil in der Gegenwart leben ja auch gar keine Leute mehr in Symmetria-Staat. Das ist ja das Problem. Ja, und die Ritter werden auch immer ein Problem. Die sind schon ziemlich lästig. Die lassen irgendwie auch nie wirklich Herzen fallen, obwohl ich jetzt eigentlich schon von selber diesen Faktoring Blau habe. Den habe ich doch auch ausgerüstet, ne? Hier. Faktoring Blau. Monster verlieren zweimal Herzen. Also die Chance, dass Monster Herzen verlieren, wird halt verdoppelt. Aber die droppen irgendwie trotzdem keine. Sind zu doof dazu. Ja, leck mich doch mal am Popo-Mam. Und dann versuche ich jetzt hier eine Zeitreise zu machen. Ah, okay. Ja, ganz toll. Was habe ich denn jetzt davon? Ich muss eigentlich hier unten hin. Okay, Moment. Dann probieren wir das mal. Stell mich genau hier hin und Zeit-Strom-Lied. Die Melodie. Ach so. Mann, ich vergesse das. Wieso vergesse ich denn das eigentlich? Ich habe gerade davon geredet. Mann! Ich muss da unten hin. Da unten. Von da unten komme ich ja gar nicht mal hin. Das verstehe ich jetzt nicht so. Oder ist hier vielleicht ein vergrabener Wirbel? Das kann jetzt aber auch nicht sein, oder? Also, ist hier was? Nicht die blöder Flustere. Die sind so hässlich. Hier vielleicht irgendwo. Wow! Oh, cool. Ich habe gerade 100 Rubinen gefunden. Einfach so ausgegraben. Das finde ich aber mal richtig supergeil. Tja, jetzt ist nur das Problem. Ich muss es eigentlich jetzt schaffen, in der Vergangenheit in dem unteren Bereich zu landen. Aber wie soll ich das machen? Wie geht das? Wie gesagt, ich muss in dieses Gebiet irgendwie reinkommen. Aber das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Du Sack! Verrat mir das Geheimnis, wie ich da hinkomme. Das kann man nicht sein. Das stimmt da doch nicht. Das mache ich falsch. Hier bin ich aber wieder symmetrisch da. Das ist Blödsinn. Das muss schon hier irgendwo sein. Aber wo? Wenn ich mich hier wieder zurückwarte, dann bin ich ja nur an dem Ort, wo ich das Herz davon aufgehoben habe. Man, jetzt stimmt doch mal, ey. Warum geben wir dir keine Herzen? Wow, der gibt mir jetzt... Ach so, ne, die... Okay, nicht. Die Rate verdoppelt sich, dass sie die droppen, sondern die droppen quasi jetzt ein Herz, was wie zwei Herzen zählt. Ich habe mich ja gerade um zwei Herzen gelten, nicht nur um eins. Dann stelle ich mich jetzt aber mal hier hin, weil das ist... Das kann so nicht sein, oder? Die wollen mich doch hier schon wieder verarschen. Zeitstrommelied! So. Davon habe ich jetzt aber auch nicht so viel. Ja, aber da drüben war ich doch schon. Hier. Das ist der Taurus-Gipfel. Mann, wo muss ich hin? Mann, 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 was ist aber los? Das gibt es doch nicht. Dann muss ich doch da oben hin. Das kann nicht anders sein. Das gibt es doch sonst nicht. Die wollen mich doch verarschen. Das kann manchmal ganz schön ätzend sein, diese ständige Hin- und Her-Wechseln und nochmal. So ein verdammter Mist. Das muss doch irgendwie... Muss ich hier doch weiterkommen. Ich muss zu diesem Otto. Wo ist der? Aber hier oben ist ja nichts. Oder was ist, wenn ich... Ne, das kann ja nicht sein, oder? Ich bin ja jetzt gerade in der Gegend. Warte, so kann ich hier sicher nicht irgendwie... Wenn ich hier einen Wirbel ausgraben könnte, das wäre super praktisch. Aber davon habe ich nichts. Warum kann man hier überhaupt drauf? Was soll hier sein? Hier muss irgendwo was sein. Aber wo? Äh, pfu, ich spinne. Ne, spinnen will ich jetzt aber nicht ausgraben. Mann, ich kann doch mal sterben hier. Ich kann doch mal sterben hier. Und du auch, Mann. Ne, hier ist auf jeden Fall absolut nichts. Aber hier muss doch irgendwo... Irgendwo muss hier doch was sein. Was bringt mir das, wenn ich hier oben bin? Hier ist nichts. Nur dieses eine Loch finde ich so verdächtig. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen kramen. Vielleicht kann ich hier doch noch irgendwie... Ich kann mir nicht vorstellen, das ist nicht offensichtlich genug, dass man hier einen Wirbel ausgraben müsste. Das ist so ein Zeitportal halt. Ich nenne die lieber Zeitstrudel oder so. Ne, also hier ist definitiv gar nichts. Ich meine, das war jetzt gerade vorhin cool, dass ich 100 Rubinen einfach so ausgegraben habe. Das war jetzt nicht geplant. Aber wo zur Hölle muss ich hin, um zu Otto zu kommen? Das ist zum Kotzen. Ist ja egal. Ages ist so viel schwieriger als Seasons. Schon alleine um Wissen... Oh, eine Fee kann man hier manchmal auch ausgraben. Genau. So, ne, also hier ist absolut gar nichts. Verstehe... Das verstehe, wer will. Ne, also hier... Hier ist doch nichts! Nichts! Mann! Hier ist nichts! Verdammte Scheiße! Warum ist hier nichts? Müsst mich doch verarschen! Ja, da! Aber wie, wie, wie komme ich denn da hin? Ich verstehe das nicht! Ich komme da ja nicht hin! Ich muss aus der Vergangenheit so kommen, dass ich da unten... Ach so, wartet mal! Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Ich glaube, jetzt habe ich es. Und zwar da, wo die Eule steht. Nicht den Wirbel verwenden, um ihm die Zeit zu reißen, sondern dann das Lied spielen. Da müsste das eigentlich gehen. Und... Ich weiß auch nicht, die trollt mich gerade. Dreimal in einem Part. Ist ein bisschen heavy. Du olle Bitch! Warum hast du nicht das Herz da dabei, du Schlampe? Warum nicht? Ja, wir treten von Chibina. Ja, ja, ich weiß. Die hat auch eine Narrenami gefressen. Du Mist, der Kleine, das merke ich mir. Ich habe das nächste Mal mal das Herz da dabei. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ne, aber ich glaube, jetzt habe ich es endlich. Jetzt müsste das funktionieren, wenn ich es so mache, wie es gedacht ist. Also hier nochmal zurück in die Vergangenheit. Mann, ist das kompliziert. So, und jetzt wieder zu der Eule. Das ist echt ein bisschen... Äh, hier. Anstatt, dass man jetzt den Wirbel verwendet, ist man da ja falsch. Und die Eule hat es ja mehr oder weniger eh gesagt. Irgendwie die Zeit formt das Land oder was auch immer. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach mal hier unten stehen und verwende das Zeitstromolid und dann müsste ich auf der richtigen Seite stehen. Achtung! Jawohl! Na, endlich! So, jetzt kann ich nämlich hier runter und in diesem Gebiet war ich noch nicht. Na, eben. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich hier da oben raufkommen soll und vielleicht auch wieder nur aus der Vergangenheit. So, genau. Hier haben wir noch nicht. Jetzt können wir nämlich hier beim Wasserfall ein bisschen runter und... Aha, da ist auch wieder so ein Ding. Da ist auch wieder ein Portal. So, jetzt sind wir da mal angeklicken. Moblins hier spinnen. Mal sehen, ob hier irgendwo was vergraben ist. Das sieht ja alles so komisch aus. Vielleicht noch mal Geld. Das wäre schön. Ich habe sogar schon beinahe... Okay, jetzt habe ich sogar genau 500 Rubine, Leute, weil es gibt nämlich ein Herzteil in diesem Spiel, was ich mir für 500 Rubine kaufen kann. Ich glaube, das war in Season's eh auch so. Und warum sind hier Statuen äußerstubios? Ja, also wie gesagt, es gibt in dem geheimen Shop in Lünnerstadt, wo ich aber nur aus der Vergangenheit hinkomme, ein Herzteil für genau 500 Rubine, was ich mir kaufen kann und auch wäre. Aha. Aha, okay. Hm, komisch. Warum ist das hier so... Okay. Wartet mal. Aha! Cool, hier ist noch ein Wirbel. So, jetzt will ich aber erstmal wissen, was ist hier links? Was ist hier oben links? Achso, hier sind nur diese komischen... Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Okay. Jetzt ist aber ein bisschen blöd, jetzt muss ich den Part gleich beenden. Aber ich probiere das hier noch ganz schnell aus. Ihr seht schon, das ist gar nicht mehr so einfach hier. Da muss man echt sein Köpfchen anstrengen. Und... Melodie des Echos. So, jetzt bin ich hier und... Was ist das für eine Höhle? Aha, jetzt kann ich mich hier irgendwie... Keine Ahnung, kann ich mich entscheiden, wo ich... Was ist denn das für ein komisches Ding? Ah, ich glaube, das Ding kann man sogar verschieben. Das ist ein etwas eigenartiger Felsen. Weil hier drüben komme ich nicht weiter. Und da oben komme ich irgendwie auch nicht rauf. So, das passt auf. Achtung. Achso, nee. Okay. Moment, falsch. Falsch, falsch. Das geht nur von der anderen Seite. Von der Seite hier klappt es nicht. Das heißt, das Ding kann ich von hier nach links schieben. Weil über das Loch kann ich ja nicht rüber. Da würde ich ja so reinplumpsen. Und... Schwupps. Ah, interessant. Es ist das Wasser auf die andere Seite geflossen. Aber hier komme ich leider auch nicht weiter. Aber dafür müsste ich jetzt eigentlich... Wenn ich hier wieder runtergehe... Und hier runtergehe... Genau, seht mal. Dann kann ich nämlich hier diesen Keimling hier, diesen Setzling, auf die rechte Seite rüberschieben. Und dann wächst das Ganze in der Gegenwart auf der anderen Seite, die Ranke quasi, ne? So, hier ist nämlich sonst sowieso gar nichts. Offenbar. So, hab du Sau. Äh. Äh, Frechheit hier. So, dann probiere ich das jetzt mal hier wieder mit dem Zeitschrum-Lied. So. Wunderbar. Jetzt bin ich hier. Und jetzt kann ich hier drüben... Genau, jetzt kann ich hier rechts raufklettern. Clever. Da haben sie sich aber was einverlassen. Vor allem, wenn jetzt da hier das Wasser ist, kann ich da auch hinschwimmen. Was ist hier? Ah, hier ist einfach nur ein kleines, alleines, einsames Schweinchen gewesen. Na gut, Leute. Ich bleib mal ein bisschen jetzt einfach mal hier so stehen. Hier scheint es keine Fluss zu was zu geben. Und im nächsten Part suchen wir dann endlich diesen Otto. Also. Bis zum nächsten Mal bei Oracle of Ages, Leute. Tschau. 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 Tschau.